Ich bin ja wieder mit Julian Hanses, vor mir drei Rennfahrer. Welche Rolle spielt Ausdauer in deinem Sport? Gar nicht. Scheiß drauf. Also ich brauche immer vor dem Rennen. Nein. Extrem wichtig, rund aus Dauer. Das ist in jedem Sport meiner Meinung nach extrem wichtig, immer mit dem Kopf klar zu bleiben. Riesenthema. Mit den späten Minuten konzentriert zu bleiben, noch hart in die Kurven gehen zu können, hart bremsen, durch keine Bremskraftverstärker, alles reinlehnen. Intervalle, wie oft machst du die die Woche? Dreimal, viermal. Wie lange dauert ein Intervall ungefähr bei dir? Immer unterschiedlich, kommt drauf an. Was ist dein Lieblingsworkout? Manchmal halbe Stunde. Was ist dein Lieblingsworkout? Sprints. Sprints? Gar nicht mal die Intervalle. 20 Sekunden Volllast, eine Minute Rest und weiter. Wie viel machst du? 24 Sekunden. Eine Minute Pause und davon 24 Sekunden. Ja, genau. Holy shit. Lass uns mal den neuen Berg attackieren. Wir drehen hier um. All right. Holy shit. Gerrit gegen Julian. Let's go, baby. Let's go, baby. Wir machen noch ein paar Lieblingsworkout. 20 Sekunden, eine Minute Pause. 24 Stück. Probiert mal, ob ihr Formel-3-ready seid. Bis bald. Ciao. Ciao.